So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Und es ist nicht mehr viel Zeit. Das Rocket Event endet heute Abend 20 Uhr, glaube ich. Frustration verlernen endet dann auch. Wenn ihr wissen wollt, wann ein Event endet und was überhaupt für Events sind, dann guckt immer mal in den Heute-Tab bei euch rein. Dann seht ihr gierige Gesellen. Das Event läuft noch 8 Stunden 53 Minuten. Und auch hier das Team-Go-Rocket-Übernahme. Zusatz-Event läuft auch noch 8 Stunden in 53 Minuten, also bis 20 Uhr. Weil manche immer sagen, sie wissen nicht, hä, wann ist denn das oder wie lang geht das? Das habt ihr alles direkt bei euch in der App drin. Jetzt möchte ich noch einen kleinen Tipp geben, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu spät ist, aber die, die das sehen, das trotzdem noch machen können. Und eigentlich dauert das ja auch nicht lang, wenn ihr es dann umsetzt. Oder, dass ihr es fürs nächste Mal wisst und beim nächsten Mal machen könnt. Das kommt aber nicht von mir. Das habe ich einfach auf einem Spieletrend gefunden. Also Grüße gehen raus an den Daniel Schilling. Ich gucke immer seine Videos. Und da habe ich was gesehen, was ich selber noch gar nicht wusste. Und dachte mir, wenn ich das nicht weiß, wissen es bestimmt auch viele andere nicht. Weil alles, was ich weiß, wissen die meisten anderen nicht. Und wenn ich was nicht weiß, ist es noch wahrscheinlicher, dass viele andere das nicht wissen. Weil ich wirklich komplett mit der App rumsuchte. Aber trotzdem für mich auch viele Dinge immer noch neu sind. Jetzt geht es um Frustration verlernen. Normalerweise habe ich also immer, wenn ich hier rein bin, oben eingegeben, Add. Also früher habe ich das gar nicht gemacht. Früher bin ich einfach auf Krypto und habe dann jedes einzelne Pokémon angeklickt und habe gesucht, hat das jetzt noch Frustration oder nicht? Ah, das hat Frustration, das mache ich mal lieber weg. Das hat ewig gedauert. Jetzt gibt es ja eigentlich den normalen Tipp, den viele, wissen sie gar nicht, dass man da auch nach Attacken suchen kann. Wenn ihr nämlich Add Frustration eingebt. Ja, ihr müsst es aber auch richtig schreiben. Add Frustration. Dann zeigt es euch alle Pokémon an, die die Attacke Frustration beherrschen. Und Frustration ist eine Attacke, die sowieso exklusiv nur Krypto-Pokémon erlernen. Also es wird euch keine anderen Pokémon anzeigen. Und selbst wenn es andere wären, wollt ihr ja Frustration weg haben, also passt das ja schon. Also mit Add könnt ihr Attacken suchen. Add Frustration zeigt euch alle Pokémon an, die aktuell noch die Attacke Frustration besitzen. Jetzt aber zum zweiten Teil. Ich habe dann gestern da gesessen und habe gedacht, okay, bei was machst du es denn weg? Guck mal hier, Macholo ist zum Beispiel wichtig. Wenn Macholo jetzt Frustration oder so hat, willst du nicht? Wir können das mal kurz bewerten. Wenn ihr seht, boah, das ist ein 890er, richtig stark. Aber das hat noch Frustration. Also gehst du dann auf das Pokémon, gehst auf dein Menü, gehst nochmal auf die Items, nimmst dann deine Ladattacke, musst dann bestätigen, dass du es verlernen willst. Musst nochmal bestätigen, ja, du willst es wirklich verlernen und musst dann noch die neue Attacke wegdrücken. Und wenn ihr das bei zwei, drei Pokémon so macht, das geht zwar dann schneller, ohne dass man alles vorliest, aber es dauert an sich immer noch lang genug. Nun habe ich also beim Daniel Schilling gesehen, den Tipp, den ich euch jetzt verbreiten und weiterleiten möchte, weil vielleicht gucken manche ja nicht den Schilling, wenn ihr einfach auf euer Menü geht, also auf eure Items und wählt erst eure Ladattacke aus und gebt dann in dem Pokémon-Menü, wo ihr ja schon sagt, dass ihr diese Ladattacke anwenden wollt, hier Frustration ein. So, wieder richtig schreiben, ist wichtig. Jetzt habe ich also schon Frustration drin, muss nicht extra über das Menü die Lade-TM auswählen, weil die ist ja oben schon eingeloggt. Und wenn ich jetzt auf einen Macholo gehe, sage ich einfach, yo, möchte ich vergessen. Ich gehe hier drauf, yo, möchte ich vergessen. Ich gehe hier auf Hypno, yo, möchte ich vergessen. Seht ihr, dass das jetzt viel schneller geht? Und so könnt ihr alle Pokémon, die ihr jetzt noch übrig habt, so gemütlich durchdrücken. Seid immer ungefähr auf der gleichen Höhe beim Bildschirm, wenn die Sachen reinkommen und müsst nicht mehr jedes einzelne Pokémon anklicken und auswählen, Top-Lade-TM, dann verdrückt ihr euch vielleicht, nehmt eine Sofort-TM, wundert euch, wieso geht's denn nicht, wieso hat das denn jetzt was anderes gemacht? Also das ist der Tipp, den ich versuche, heute noch ganz schnell, weil ich es gestern erst gesehen habe, ich habe es gestern Abend leider erst gesehen, da habe ich gedacht, mache ich noch schnell ein Video drüber, vielleicht sagen manche, das ist total unnötig, jeder guckt Spiele drin, habe ich bei Spiele drin schon gesehen, das ist nichts Neues, denkt ihr lieber was eigenes aus, aber ich will euch ja helfen und für die Leute, die es nicht gesehen haben oder die nicht jedes Video von Spiele drin gucken, ist das ein Tipp, den ich besonders genial und wertvoll fand, so dass man einfach nebenbei, wenn man gerade Fußball guckt oder Wrestling, wie ich, das alles schön so wegmachen kann. So, mehr gibt es nicht dazu zu sagen, da ist alles erklärt, geht nicht erst in die Box auf eure Pokémon, sondern geht erst auf eure Items und wählt schon mal das Item aus, welches ihr anwenden wollt, dann add Frustration und dann könnt ihr gemütlich Frustration überall verlernen. Bis heute Abend, 20 Uhr ist noch Zeit, haut also überall Frustration weg, bei den Dingen, wo ihr denkt, die könntet ihr vielleicht irgendwo nochmal nutzen und habt Spaß damit, ja. Ansonsten war es das von meiner Seite aus, mein heutiges Video verschiebe ich auf morgen und wir sehen uns vielleicht heute Abend, 18 Uhr im Stream. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.